so gleich war prometheus rache falle das klingt doch mal nett wo ist unser fallengang da ist unser fallengang auch wenn ich irgendwie nicht glaube dass man das noch mal aufstufen kann aber wer weiß wir hätten gerne prometheus rache falle da ist wie eine windfalle nur mit feuer weil wir die mal dahin die kameras im weg kamera pr-manager erhältlich sehr schön kamera kamera geht dahin soll es und er kommt da auch noch so eine prometheus falle hin der körper theoretisch die alle hier mit dem verbinden und dürfte eigentlich nichts überleben hoffe ich jetzt einfach mal so was haben wir noch pr-manager der wäre hier okay fünf davon weg fünf dazu nehmen wir hier noch mal fünf weg und dann müsste das soweit alles hinhauen machen wir mal zehn raus und da noch fünf weg so raus haben wir noch irgendjemand im kerker nein haben wir nicht das ist gut haben wir irgendwo neue rote punkte wusel 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 doch hier zwei neue gruppen ein brecher ganz viele und ermittler sagt die weltkarte die weltkarte sagt wir haben nichts neues entdeckt jedenfalls nix was zu hölle bist du ein totempfahl sehr gut da brauchen wir nur sechs arbeiter 1 2 3 4 5 6 die wissenschaftler schicken wir mal nach hau lassen wir hier stopp 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 die bleiben schön hier und verschwören weiter wer ist ja noch irgendwas aus dem toten fall und wird noch gerne ihn mit dabei aber nur um es ein bisschen sicherer zu gestalten so haben wir hier superbeute samurai rüstung das klingt doch gut das heißt es fehlt nur noch ein superbeutel stück wobei wir keine ahnung haben wo das genau ist und da wir ihn nicht wirklich viel platz haben für die ganze superbeute bin ich versucht es bei fünf von sechs zu was waren das gerade für komische wolken also ja bin ich versucht es bei fünf von sechs zu belassen du versteckst dich sehr gut das heißt ihr solltet stehlen den soll ich auch noch vorher klauen pr-manager ein das wird langsam hier unten über unübersichtlich du bist ein diplomat du bist ein pr-manager davon haben wir nur einen den sollten wir nicht auf missionsjagd schicken sonst stirbt er uns noch weg das wäre nicht so schön also ausbildung bisher wurde keiner von denen ausgebildet wo ist der ausbildungsraum ach stimmt wir muss noch was bauen hier fernsehstudio war das können sie aber mitten in den raum stellen ja nicht alle aber ich glaube es müssten die gewesen an die wir brauchen ansonsten stellen wir doch einfach mal die stühle da oben an die wand und das braucht niemanden der direkt dran steht okay so und dann muss der da auch noch weg dann kommt er dann an die seite von der mäusefalle dann kann das ding da an die ecke dann blockiert es hoffentlich nicht mehr das da und die tür und überhaupt alles andere auch mann 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 ich freue mich schon auf die insel also auf die neue insel keine riesigen generatoren mehr keine riesigen kasernen mehr das wird schick so du bewegen hier steht das alte den neuen wieder ist doch du stopp abbrechen so also man muss nur wissen wie man ja austrickst schlecht zugänglich willst mich veräppeln so so warum bist du jetzt schlecht zugänglich da war doch hier ein fuß und da füße jetzt müssten wir es haben ist zwar totales chaos und sieht absolut hässlich aus aber es müsste funktionieren zahlen zahlen los geht's sehr gut karte was haben wir denn da haben wir den totenfall den hätten wir gerne los so da leuchtet noch was das war die samurai rüstung genau die können wir uns noch nicht was fehlt denn jetzt noch du versteckst dich erst mal geld fehlt jede menge ich weiß ja auch nicht ob alles neu bauen müssen wenn wir dann die nächste insel kommen also ja wir werden alles neu bauen müssen aber auch für das geld für die alten sachen wieder bekommen wenn nicht hätten wir ein problem denke ich mal aber gut wir bereiten schon mal alles für superbeute vor wir brauchen hier acht kammer die da ziehen wir alle anderen pause alle anderen erst mal ab aus dem blauen gebiet wegen der wut so du kannst du bleibst mal da du bleibst auch da hier im orange wird die wut langsam auch ganz schön groß das heißt die beiden können auch mal abgezogen werden hier und hier würde ich gerne noch weiter verschwören in hoffnung dass da noch irgendwas wichtiges ist so also ihr werdet abgezogen wir brauchen hier acht kammer die namen 1 2 3 4 5 6 7 8 und dann noch ein söldner und kein dazu so die andere superbeute ist hier oben dafür brauchen wir viel kann man die nach vier wachen das sind die wachen warum sehen die söldner fast genauso wie die wachen obwohl geht so viel davon vier davon und ich würde eigentlich ganz gerne noch wo ist unser großwild jäger der hat wir irgendwo hingeschickt wo es brenzlig ist na genau hier bei dem tupenfall nee das schaffen wir nicht zeitlich also schicken wir noch ein kammerdiener und noch ein kung fu meister so das müsste dann hinhauen dann fangen wir beide missionen einigermaßen zeitgleich an hoffen dann dass wir auch beide bekommen und nicht nur eins und es danach irgendwie verbackt und dann müssten hoffentlich die ganzen agenten überfalle aufhören fälle aufhören dann ziehen wir alle wieder auf die basis zurück warten ab bis sich die wutregel auf null runter wuselt und dann schauen wir weiter den agenten kommen oder nicht und da war schon so eine komische wolke sind wolke tode oder wir haben keine wachen mehr das ist nicht gut nicht dass das in die hose geht das wäre echt nicht gut so zwischenzeitlich wieder rote punkte gucken nix nix da der paraglider hat auch gleich ein tag bekommen sehr gut stu und sehr schön die merken sich dass welche gruppe ich markiert habe und wenn zu dieser gruppe dann nachträglich noch jemand dazu kommt kriegt er auch gleich ein tag das doch mal schön hier kommt gerade alle nach hause es ist kein bisschen auffällig wenn boot voller wachen hier andockt nö kein stück falls steuerung weltkarte nein die nikita oder wie hieß sie maracuda barracuda marianna hat nicht wirklich ähnlichkeit mit nikita und barracuda aber naja marianna mamba richtig was zur hölle bist du bio chemiker mit einer schleife vorne dran ich wollte eigentlich gerade gucken wie die dame heißt marianna mamba ja ein hoch aus kurzzeit gedächtnis so was war das mit der wache wieder neue tags irgendwas nah an unserem gefährlichen bereich nein die buchpresse wollte ich auch noch mal einweilen buchpresse so ihr seid da pause acht kammer die nach ein söldner kane wir brauchen acht kammer die nach zwei risiko das müssten die schaffen das wäre das eine das andere braucht vier kammer die nach vier wachen hat fünf kammer die nach vier wachen ein kung fu kämpfer müsste also auch klappen los braucht vier minuten und los braucht sieben minuten 20 ich hoffe mal einfach dass das spiel sich merkt dass wir die auch gestartet haben und nicht dass sobald wir das vierte artifakt haben alle anderen missionen mit artefakten abgebrochen werden das wäre komisch so wir haben den totenfall geklaut das ist gut das war hier da unten ihr könnt nach hause obwohl jetzt können wir ihn ja hinschicken du hilfst mir hier aus der andere darf nach hause so du versteckst dich was macht ihr hier klaut dass hier ist keiner hier ist keiner grünes ruhig rotes ruhig gelb ist gleich auch ruhig das heißt nur orange ist tierisch stinkig und blaue ist relativ stinkig aber sobald die missionen durch sind schon wieder dampf folgen ach das ist das verschwören ok also ja orange und blau werden unsere hauptfeinde seien sobald die mission durch sind bewegungssensor das klingt doch mal praktisch das sieht nicht sehr gut aus traktisch mal rein da tut doch wie wir die tür wieder zu piet haben manche geheim waffen schranken zwischen aufgebaut ja also müssten jetzt alles an gegenständen gebaut haben die müssen jetzt nach und nach erforscht werden wir sind ja langsam richtig viele rosa punkte hier warum machen wir mit euch kein geld also ja gegenstände haben wir alle sie müssen noch erforscht werden zu ende da sind gerade welche gestorben oh ihr habt keine tags erbärmlicher pamper soldat so die dürfen nicht wütend werden sonst schießen sie alles zu klungen was kommt da ein brecher so auf der minimap ist fast alles okay hier haben wir noch eine gruppe und da haben wir auch noch eine gruppe so weltkarte das hier war zuerst fertig 1 minute 25 und ein feindlicher agent ist auch noch im land das ist gut dass wir den großfeld jäger hier geschickt haben sonst wäre das vielleicht nichts geworden hier schaut es hier aus noch vier minuten und wir haben nur noch die vier wachen sind tot wahrscheinlich wegen ihm hier kane ist tot also ohnmächtig geschlagen worden naja komisch die vierungen die vierungen und die vierungen die vierungen wベen oder Vielen Dank.